Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Heute ist es richtig heftig hier, denn Elena Miras bricht ihr Schweigen. Eigentlich wollte sie sich für einen Moment aus der Öffentlichkeit zurückziehen, wieder gesund werden. Nun aber scheint es doch so zu sein, dass sie sich zumindestens im Social Media äußern möchte zu den aktuellen Geschehnissen. Natürlich sind auch einige Fragen dabei, da gibt es nur sowas wie, hey du bist super. Aber es sind halt auch ein paar andere Sachen mit dabei und wir gucken uns das alles mal ausführlich an. Wenn wir halt über jedes Thema sprechen, dann hat natürlich auch Elena Miras das Recht, dass man sie anhört und einfach mal reinhorcht in das Q&A, welches sie hier verlauten hat lassen. Allerdings, bevor wir damit beginnen, möchte ich mich bei euch vom Herzen bedanken. Wir haben gestern einen so großen Meilenstein hier erreicht. Über 38.000 Abonnenten, ganz, ganz viele neue sind mit dazugekommen. Ein herzliches Hallo an alle und natürlich einen großen Dank an alle meine Bestands-Trash News fürs Teilen dieser Videos. Vielen, vielen Dank, der Erfolg gibt uns recht und ich sage euch eines, ich freue mich schon auf unsere große Jubiläumsparty. 40.000 Abonnenten, wenn wir es denn zum Ende des Jahres erreichen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Wir machen ja immer so alle 10.000, also eine große Community-Live-Party. Und ich habe da Bock drauf und vielleicht schaffen wir es bis Weihnachten. Das wäre mega. Und jetzt würde ich sagen, Feuer frei. Bevor wir so richtig loslegen, habe ich noch eine kleine Sache. Ihr solltet in euren kleinen Katzenreporter-Clendor die 11 Uhr eintragen. Da sehen wir uns nämlich hier auf YouTube wieder und da packt ein Insider aus, ein ehemaliger Freund über die Lügen einer gewissen Person, einer Dame, die sie mutmaßlich über Mike gestreut hat. Das wird richtig bombastisch werden. Das Video geht ein bisschen länger. Ich muss ein bisschen was vorbereiten. Ich hoffe, wir sehen uns um 11 Uhr alle hier wieder. So, genug gequatscht. Wir brauchen das ganze Reporter-Handy. Und gucken mal bei Elena rein, denn sie will mit euch sprechen. Und das ist halt schon so die erste Frage, wo ich schon gesagt habe, okay, das ist klar, dass sowas kommt wie, du bist die Beste. Und Elena antwortet, ich liebe euch einfach. Hier sind mal meine Leute. Und ich freue mich ehrlich gesagt wirklich, dass Elena auch solche Nachrichten bekommt. Und sie, sagen wir mal, die ganzen Kritiker, die auf ihren Profilen rumlauern, dass sie so langsam ein bisschen verschwinden. Allerdings darf man eines auch nicht vergessen, bei diesen Q&As stellt mutmaßlich die Community die Fragen. Man könnte sich auch theoretisch selbst die Fragen stellen, darauf will ich aber gar nicht hinaus. Ich will darauf hinaus, dass Elena selbst aussucht, welche Fragen sie öffentlich bespricht. Das ist immer ein verzerrtes Bild. Das ist auch bei Mike, das ist bei Leila, das ist bei Iris, das ist bei allen so, ja. So ein Q&A für die Zuschauer, die nicht auf Instagram sind. Die Fragen sucht nicht Instagram aus, die man denn posten muss, sondern der Creator sucht selber aus, welche Frage er veröffentlicht. Und das sind natürlich oftmals keine kritischen Fragen. Aber gucken wir mal, wie Elena Miras sich schlägt. Dann, wie geht es dir? Und da antwortet sie, mittlerweile geht es mir besser. Danke. Leider wog ich nur 45 Kilo und der Stress war einfach zu viel. Meine Krankheit hat das Ganze nicht einfacher gemacht. Was für eine Krankheit hat sie? Ich weiß, das fragen sich jetzt viele Zuschauer. Ich weiß es nicht genau. Und ich möchte hier keine falschen Informationen streuen. Dafür sage ich dazu erstmal nichts. Aber ich glaube, dass Elena im Verlauf des Q&As kurz es erwähnt und dann nochmal sagt, dass sie es nochmal ausführlicher sagen wird. Ich glaube aber, man könnte auch das Thema Krankheit bei ihr googeln. Irgendwann müsste sie das schon mal gesagt haben. Dann geht es hier weiter. Warum hast du nicht das Gespräch mit Mike gesucht? Und da merkt man schon und zack geht es natürlich um Mike. Und ich meine klar, Elena Miras war bei Promi Big Brother und sie wusste, dass Mike drin ist. Und mutmaßlich, so sollte es der eine oder andere gesagt haben, sollte sie sogar gewusst haben, dass Layla drin ist. Das ist ja diese Bombe, die gedroppt wurde. Ob das nun wirklich so ist oder nicht, das kann ich euch auch nicht sagen. Aber das sind halt die aktuellen Gerüchte. Und sie schreibt, ich habe nie gesagt, dass ich das Gespräch mit ihm brauche. Ich war nur dort, um dabei zu sein, falls er wieder diese Lügen erzählt und dann endlich die Wahrheit zu erzählen. Doch als ich im Haus war, war das nicht der Fall. Solche Dinge kläre ich zu Hause. Okay, Zitat Ende. Das ist wirklich ganz interessant. Ihre wahren Beweggründe, bei Promi Big Brother mitzumachen, war also nicht, um mit Mike zu sprechen, sondern um ihn aufzuhalten, wenn er Lüngengeschichten erzählt. Ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Antwort geht. Ich bin da so teilweise, also ich glaube das so teilweise. Ich kann mir schon vorstellen, dass Elena wirklich über gewisse Dinge im Container nicht sprechen wollte. Das glaube ich ihr schon. Allerdings, um reinzugehen, nur um Mike aufzuhalten, keine Lügen zu erzählen oder dann da die Wahrheit zu sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, die Gage von Elena war ja mutmaßlich 100.000 Euro. Das ist natürlich ja noch so ein bisschen nicht ganz bestätigt, aber trotzdem, wenn das so wäre, 100.000 Euro ist eine Menge Geld. Das heißt, sie hat sich das ganz schön teuer bezahlen lassen, damit sie reingeht, um Mike aufzuhalten, keine Lügen zu erzählen. Ich finde diese Antwort schwierig. Ich finde und glaube schon, dass es noch andere Gründe gab, warum sie reingegangen ist. Ich weiß nicht, ob Elena überhaupt vorhatte, das Ding zu gewinnen. Das weiß ich nicht. Inzwischen wissen wir ja auch von Jochen Horst. Das war im Übrigen mein Video von gestern, dass Elena nicht raus ist aufgrund eines medizinischen Noteinsatzes, sondern weil sie raus wollte. Also auch diese Geschichte hat uns Frommi Big Brother so ein bisschen anders erzählt. Also ich sage euch ehrlich, diese Antwort ist für mich erstmal noch kritisch zu betrachten. Ja, sie will bestimmt nicht, dass man Lügen erzählt. Und ja, sie ist bestimmt reingegangen, um das dann auch irgendwie aufzuhalten. Das kann schon alles sein, aber das werden nicht ihre Hauptbeweggründe sein. Dann, beim Finale hat man dich so schlecht dargestellt, als wärst du 24-7 nur aggressiv gewesen. Und da sagt sie, nicht nur im Finale, sondern die ganze Zeit. Aber was soll's, schließlich brauchte es ja eine Böse. Oh, das finde ich jetzt, das steht Elena jetzt gerade nicht gut. Also ich meine, ja, der Cutter, der hat ein breites Kreuz und er trägt immer die Schuld und die Verantwortung. Das ist mir auch völlig klar. Allerdings kann der Cutter, und ich sage es hier jedes Mal, der Cutter kann nur das zusammenschneiden, was eine Person verursacht hat. Das heißt, wenn ich 23 Mal ausgerastet bin, dann kann ich als Cutter 23 Mal eine Ausrasterzähne benutzen. So, dass der Cutter jetzt aber 80 Mal jemand, der ausrastet darstellt, wenn er nur 23 Mal ausgerastet ist, das passiert nicht. Das heißt, der Cutter kann natürlich komprimiert auf ein Verhaltensmuster aufmerksam machen, was immer wieder auftaucht. Der Cutter ist aber nicht Aladin, der kann nicht mit der Wunderlampe neue Sachen hervorbeschwören. Das funktioniert nicht. Und das muss auch so langsam der ein oder andere Trash-Teilnehmer verstehen, dass es nicht der Cutter ist, der sie bewusst schlecht darstellen lassen möchte, sondern das sind die Charaktere selber, die nicht in der Lage sind, ein normales Sozialverhalten an den Tag zu legen. Das sind die Menschen, die quasi bei diesen Formaten so unangenehm auffallen. Da hat der Cutter nichts mit zu tun. Naja, wir gehen mal weiter. Mit wem wirst du alles in Kontakt bleiben von Promi Big Brother und trefft ihr euch bald wieder? Und da wundert mich das nicht, dass jetzt Cecilia darauf verlinkt war. Und dann, und wolltest auf Opfer machen? Und wolltest auf Opfer machen? Ja, und wie ich war so ein Opfer. Zum Glück übernehmen immer andere diese Rolle. Ich bin die Aggressive. Ja, also hat Elena Miras auf Opfer gemacht? Nein. Also auf Opfer gemacht weiß ich nicht. Sie hat halt auf eine Art und Weise uns allen auf einer besorgniserregenden Art gezeigt, dass sie überfordert war. Das hat sie gemacht. Ob sie jetzt ein Opfer ist oder nicht, das will ich damit gar nicht sagen. Sie hat mir als Privatperson, als ich das Format gesehen habe, hat sie mir definitiv das Gefühl gegeben, dass etwas nicht in Ordnung ist. Dass ich mir Sorgen mache und dass ich dieses nicht weiter im TV sehen möchte. Nehmt sie aus der Show. Das ist das, was ich für mich selber gesagt habe und ich mir da Sorgen gemacht habe. So, wurde sie jetzt als Opfer oder hat sie sich jetzt selber in die Opferrolle begeben? Ich sag mal, ich sag mal so. Sie ist sehr ruhig gewesen, seitdem sie draußen ist. Sie hat natürlich, ich finde, dass sie zur Opferrolle von ihren Unterstützer gemacht wurde. Ja, von einer Kim, von einer Cecilia, von einer Lisha. Die haben Elena in diese Opferschiene gedrückt. Aber ich finde nicht, dass Elena sich selbst um Opfer gemacht hat. Das finde ich nicht. Was ich aber schon glaube, ist, dass Elena Miras sich mit Promi Big Brother kein Gefallen getan hat. Da bleibe ich dabei. Geh mal weiter. Wirst du Jochen, Mimi und Sarah auch wieder sehen? Und sie sagt, ja, hoffentlich. Ja, das wundert mich nicht. Sie hat sich ja mit allen dreien auch relativ gut verstanden. Jetzt ist ja Sarah aktuell so ein bisschen eine Fahne im Wind. Ja, ist jetzt auch wieder so ein bisschen mehr bei Layla. Und hat sich ja auch jetzt öffentlich nochmal dazu geäußert, dass sie ja nie gegen Layla war. Halt aber für andere. Und ja, sie versucht da so ein bisschen diplomatisch, glaube ich, die Layla-Fans zu beruhigen. Dann haben wir diese Frage. Werden wir dich eh noch in Zukunft in TV sehen? Und sie schreibt aktuell nein. Und das finde ich eine sehr interessante Antwort. Dass Elena selber sagt, dass sie aktuell keine größeren TV-Formate geplant hat. Ich persönlich glaube, dass das wirklich gesund ist für sie. Ich persönlich glaube, eine oder keine weitere Teilnahme erst einmal für TV-Schaus könnte ihr wirklich gut tun. Dann haben wir diese Frage. Hättest du durchgezogen, wenn Big Brother nicht gesagt hätte, du musst raus? Ja, natürlich. Und das ist spannend. Also hier sagt jetzt quasi Elena Miras in ihrer Antwort, oder sie gibt dieser Frage ja quasi eine Daseinsberechtigung, indem sie sie repostet hat. Und wieder das Big Brother wollte, dass sie raus muss. Das ist so nicht überliefert. Es ist bis heute nicht ganz geklärt, warum Elena Miras aus dem Container raus ist. Wie gesagt, am Anfang war es ja aufgrund eines medizinisches Noteinsatzes. Wenn wir jetzt aber das Interview von Jochen, und ich verweise noch einmal auf mein Video hier auf YouTube von gestern. Aber ich sage euch eins, ich persönlich glaube da Jochen. Weil warum sollte Jochen sich was ausdenken? Er hat sowas ähnliches gesagt, wie, dass er sich noch in den Weg gestellt hat, um Elena Miras überreden drin zu bleiben. Das macht man ja nicht, wenn eine Person in einer Notsituation ist. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, hier muss ja von Elena der Anspruch gewesen sein, das Format zu verlassen. Das heißt, hier in der Frage, hättest du durchgezogen, wenn Big Brother nicht gesagt hätte, du musst raus? Ist die Frage ja schon falsch. Weil Big Brother hat ja nicht gesagt, du musst raus. Big Brother hat gesagt, du darfst nicht wieder rein. Und das hat Elena selber ja kommentiert, bei einem, ich glaube, Promi-Flash-Artikel oder bei einem Promi-Big Brother-Beitrag, wo es darum ging, dass die sich verlobt haben. Und sie hat sowas gesagt, wie, ach, und das ist etwa der Grund, warum ich nicht wieder rein darf. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. So, in diese Richtung ging das. Und das ist jetzt ganz interessant, dass wir hier immer wieder andere Gründe erfahren, beziehungsweise andere Informationen, als es eigentlich war. Dann haben wir diese Frage, du bist die schönste und herzlichste Frau, wo ich kenne. Und sie schreibt, hab dich lieb, du bist wundervoll, danke für alles. Okay, das war nochmal so eine kleine Beweihräucherung. Dann, es war der einfache Weg, dich als die Böse darzustellen. Lachen, aufstehen und Krone richten. Und sie sagt, bald, bald, musst zugeben. Dieses Mal war es einfach nur, oder ein Überraschungssmiley. Boah, ich finde das so krass, dass es wirklich Zuschauer gibt, die sagen, dass Elena hier nur als die Böse dargestellt wurde. Ich hätte damit nicht so große Schwierigkeiten, wenn Elena sagt, dass sie sich als die Böse gezeigt hat. Ich finde noch einmal, wir haben eine Elena Miras jeden Tag drüber gesehen. Und wir haben einen Mike und wir haben eine Layla nicht drüber gesehen. Und erst Layla ab Tag 11, so als dieses offene Voting war, da war Layla dann auch heftig drauf. So, aber vorher ja nicht. Und man kann ja nicht, man kann ja nicht Elena als die Böse bezeichnen, wenn Layla traurig ist, weil sie Kummer wegen Mike hat. So, das ist natürlich auch anstrengend für die Zuschauer und das war auch ein bisschen zu viel. Aber trotzdem hat niemand, zumindest was ich beobachtet habe in den ersten 11 Tagen, deswegen Elena als die Böse gesehen. Man hat Elena als die Böse gesehen, weil sie hinter Mikes Rücken hinter Mike gelästert hat, dass sie quasi über Layla gelästert hat, dass sie Sinan mit Cecilia fertig gemacht hat. Es gab so viele andere Gründe, sie hat Daniel Lopez fertig gemacht, sie hat Vrena Kehrt fertig gemacht. Also, es gab so viele Gründe, die uns gezeigt wurden, wo Elena Miras die Böse war und nicht, wo sie als Böse irgendwie dargestellt wurde. Ne, sie war die Böse. Und das ist halt schon etwas, wo ich auch wieder der Meinung bin, hier wird so ein bisschen die Wahrheit verzerrt, meiner persönlichen Meinung nach, wie alles hier auf diesem YouTube-Kanal. Dann, ess bitte viel Schokolade, ich kann in zwei Wochen fünf Kilo zunehmen. Und sie hat geschrieben, habe bereits plus drei Kilo. Okay, herzlichen Glückwunsch, dass das ist. Aber ich finde es gut, dass man wenigstens auch Ratschläge hier gibt. Von all den Bösen, mein Favorit, was machst du zu Hause, um zu relaxen und zur Ruhe zu kommen? Und sie schreibt, einfach nur zu Hause sein. Und das ist eine Sache, mit der kann ich sehr gut mich identifizieren. Auch ich kann, ohne etwas zu tun, mich zu Hause super entspannen, wenn ich nichts tue. Also, nichts zu machen, noch nicht mal den Fernseher, einfach gar nichts. Vielleicht maximal irgendwas kleines schreiben oder so, oder am Klavier sitzen, oder irgendwas ruhiges. Damit kann ich auch am besten entspannen. Ich brauche keinen Urlaub, ich brauche nicht irgendwie was krasses, nee. Einfach zu Hause, das eigene Zuhause genießen. Das kann ich auch wunderbar, und das kommt bei mir auch leider viel zu kurz. Man glaubt das kaum, ja, aber es ist eigentlich nicht weit weg. Ich bin ja zu Hause, aber trotzdem, die Ruhe, die kann ich nicht genießen. Und ich freue mich, dass Elena so leicht die Möglichkeit hat, zu relaxen und zu genießen. Und oftmals können das nicht viele Menschen, die halt wirklich unter einem richtig stressigen Job leiden. Die können sich nicht zu Hause entspannen. Man ist immer wieder zu Hause in einer Zwischenstation, wo man eigentlich weiß, morgen geht die Arbeit weiter. Und das ist der Grund, warum viele Menschen sich erst einen Urlaub erholen können. Und das ist im Übrigen auch ein Vorteil für mich als Selbstständiger, der von zu Hause aus arbeitet, dass mein Zuhause nicht automatisch eine Zwischenstation ist, wo ich mal kurz nur zur Ruhe komme, sondern ich bin halt hier immer. Aber vielleicht ist es bei Elena ähnlich oder nicht. Vielleicht liegt es auch daran, weil dort ihr Freund ist oder ihre Tochter ist. Das weiß ich nicht. Dann kommen wir zu der nächsten Frage. Achai, war es das schlimmste Format, an dem du bisher teilgenommen hast? Und sie schreibt, Elena Miras wurde von der Sendung von Promi Big Brother auf verschiedene Weise vorgeführt. Häufig wurden emotionale Momente von ihr besonders hervorgehoben und zugespitzt dargestellt, so dass sie als impulsiv und streitlustig galt, wahrgenommen wurde. Das ist ja mal interessant, sie muss hier irgendwie was kopiert haben aus irgendeinem Artikel oder von irgendwas anderem her, was wohl ihrer Meinung entspricht. Wir lesen das mal weiter. Oft wurden ihre Reaktionen in provokanten Situationen herausgegriffen und im Schnitt so präsentiert, dass Konflikte im Vordergrund standen. Durch gezierte Fragen und Kommentare der Moderatorin wurde sie außerdem immer wieder in die Defensive gedrängt und private Themen wurden in den Mittelpunkt gestellt, um zusätzliche Reaktionen hervorzurufen. Viele Zuschauer hatten dadurch das Bild einer Bösewichtin von ihr, was der Produktion möglicherweise bewusst fokussiert wurde, um Spannung zu erzeugen. Insgesamt wurde Elena in eine Rolle gedrängt, die oft mehr Drama erzeugen sollte, als vielleicht tatsächlich vorhanden war. Und sie schreibt einfach nur, also ja. Oh, da hätte ich gerne die Quelle für den Text. Vielleicht wisst ihr, von wo der stammt, ansonsten müsste ich mal die Textpassagen googlen, dann findet man das ja eigentlich. Das ist mal eine interessante Antwort. Ist nicht meine Wahrnehmung gewesen. Es ist nicht meine Wahrnehmung gewesen, dass hier bewusst Elena als das Feindbild präsentiert wurde. Ich habe so ein bisschen, was heißt, ich habe so ein bisschen, ich habe das Gefühl, dass Elena sich einfach selber als Feindbild präsentiert hat. Sie hätte ja auch einfach ganz anders mit der Situation umgehen können. Denn schließlich sind sie, also er, Mike und sie, schon seit vier Jahren auseinander. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Ich weiß, durch die gemeinsame Tochter ist da viel mehr im Zwischenraum. Ist das alles viel, viel komplizierter. Das ist mir alles völlig klar. Aber ich sage es immer wieder. Es war ihre Entscheidung, in den Container zu gehen. Sie hätte nicht reingehen müssen. Und die Angst, dass Mike über ihre Tochter spricht, dies habe ich nicht gesehen, weil das hätte Mike ja auch im Dschungelcamp machen können. Da war ja Mike auch drin und da war keine Elena Miras drin. Und Mike hat im Dschungelcamp nicht über seine Tochter oder über Elena gesprochen. Mike hat das nicht getan. Das heißt, eigentlich hätte sie wissen müssen, dass Mike das trennt. Und wir kennen Mike jetzt auch nicht als jemand, der so unvorsichtlich irgendwelche Dinge im Formaten ausplaudert. Ganz im Gegenteil. Mike ist vielen Zuschauern sogar noch fast zu langweilig in den Formaten. Ja, deswegen, also kann ich mich nicht mit identifizieren erstmal. Dann kommen wir zu dieser Frage. Wurdest du schon mal gemobbt? PS, bist eine starke Frau. Und sie schreibt, nein, mich kann man nicht mobben. Es kann sein, dass ich mich mal schlecht fühle bei gewissen Angriffen. Aber um mich zu mobben, muss man früher aufstehen. Ja, also ich würde es mir wünschen, dass ein Mensch wie Elena Miras oder auch andere Menschen nicht gemobbt werden. Das ist das, was ich dazu sagen möchte. Ich finde, jemand, der gemobbt wird oder unter Mobbing leidet oder dieses Erfahren hat, das ist halt wirklich schlimm. Und ich möchte, dass sie auf gar keinen Fall kleinreden. Würde aber auch hier unterstreichen, dass ich nicht den Eindruck hatte, dass Elena Miras gemobbt wurde. Wenn man ein bisschen zurückguckt, bin ich schon überrascht, dass sie das hier nicht als Mobbing bezeichnet hat. Ich habe euch schon oft erzählt, dass die Definition von Mobbing ja eh nochmal ein bisschen anders ist. Ich kann nur empfehlen, das mal zu googeln, was die Definition von Mobbing ist. Da werden viele überrascht sein, dass Mobbing, sagen wir mal, ein viel, viel größeres Thema ist, als so inflationär zu sagen, ich wurde gemobbt. Und letztendlich ist das halt immer auch eine Klatsche für wirkliche Mobbing-Betroffene. Deswegen, also ich finde es erstmal schon mal gut, dass sie jetzt hier nicht von Mobbing spricht oder so, was ja einige relativ schnell beherrschen. Sondern, dass sie ganz klar sagt, nein, ist für mich kein Mobbing, finde ich gut. Dann kommen wir zu dieser Frage. Als du raus musstest, haben gewisse Leute angefangen, ihren Mund auf einmal aufzumachen. Und da schreibt sie 1 plus 1 gleich 2. Ich glaube, das hat etwas mit ihrer Eingangsfrage zu tun. Oder mit ihrer Eingangsaussage, dass sie da nur reingegangen ist, damit man nicht über sie schlecht redet. Und wenn man über sie schlecht redet, dass man dann quasi auch auspackt. Also ich muss doch einmal wirklich sagen, ich habe den 24-7-Livestream nicht immer verfolgt. Das geht gar nicht mit meiner Zeit. Ich habe ihn so gut wie gar nicht verfolgt, habe aber aufgrund von einigen Zuschauern, mit denen ich auch in Kontakt stehe, immer mal ein paar Updates bekommen und das, was man halt selbst so gelesen hat. So, ich hatte nicht den Eindruck, als Elena Miras raus war, dass jetzt hier besagte Bewohner, meinetwegen Mike, Layla oder sonst jemand, schlecht über Elena gesprochen haben. Ich habe Mike total besorgt gesehen. Ich habe sogar eine Layla im Hinterkopf, die gesagt hat, dass es irgendwie schon schade ist, dass Elena raus ist, dass sie ihr alles Gute wünscht. Ich hatte nicht den Eindruck, dass über Elena schlecht gesprochen wurde. Es wurde eigentlich, finde ich, erst schlecht gesprochen, so ein bisschen im Social-Media-Rahmen, aber doch nicht im Big-Brother-Container. Gut, hier steht jetzt gewisse Leute, aber da sie 1 plus 1 gleich 2 schreibt, vermute ich mal, es hängt damit zusammen. Keine Ahnung, schreibt mir gerne hier in die Kommentare, ob ihr wahrgenommen habt, ob gegen Elena Miras die Großstimmung gemacht wurde, als sie raus war. Ich habe es nicht wahrgenommen. Dann kommen wir zu dieser Frage, bist du noch mit deinem Freund zusammen? Und das ist tatsache eine Frage, die ich mir auch gestellt habe und die antwortet sie relativ knackig mit Ja. Das finde ich erst mal gut. Ein Freund kann ihr natürlich auch den gewissen Halt und die gewisse Heilung geben, das gefällt mir gut. Dann haben wir noch diese Frage, Jochen erzählt in seinem Live, dass du eine der fleißigsten im Haus warst. Und sie schreibt, jetzt im Nachhinein denke ich mir, scheiße Elena, du hast einfach zu viel gemacht. Das ist für mich schwierig zu beurteilen, wer jetzt viel im Haus und wer wenig im Haus gemacht hat, weil ich halt einfach nicht den 24-7-Stream gesehen habe. Da weiß ich, also ich weiß, dass Mimi viel geputzt hat. Das ist mir aufgefallen und ich weiß auch, dass Alida viel am Anfang gemacht hat mit den Toilettenputzen und so. Aber ich könnte jetzt hier nicht sagen, ob Elena auch sehr viel gemacht hat oder nicht. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Ich habe einfach nur darauf nicht geachtet, weil das für mich gar nicht so relevant war in dem Format, wer was wie viel macht. Ich wüsste noch nicht mal, wenn ich selbst als Promi Big Brother oder bei Big Brother wäre, wie viel ich machen würde. Oder ob man erstmal so überrumpelt von der Situation ist, dass man erst einmal andere Dinge begutachtet und kennenlernen möchte, als in den Alltag zu starten. Was sicherlich keine gute Entscheidung gewesen wäre, wenn ich so entscheiden würde. Aber das wüsste ich gar nicht, wie ich in so einer Stresssituation funktionieren würde. Kommen wir zur nächsten Frage. Keine Frage, aber ich liebe es, wenn du Leute nachmachst. Bin fast gestorben vor Lachen. Und sie schreibt, musste auch sehr, sehr lachen. Okay, dann haben wir noch diese Frage. Von was für einer Krankheit redest du immer? Ich bin nicht lange hier. Und sie schreibt, erzähle euch die Tage. Dachte, man hat das gezeigt, weil ich ja oft Schmerzen hatte und ich es erklärt habe. Ich weiß, dass es irgendwann mal einen Beitrag darüber gab, aber nicht bei Promi Big Brother. Nein, man hat über die Krankheit jetzt erstmal so nichts erfahren. Kann natürlich bewusst sein, dass Promi Big Brother das von den Zuschauern fernhalten wollte. Die wollten ja eigentlich mehr, auch wenn ihr jetzt lacht, positive Vibes erschaffen. Deswegen kann ich das gar nicht so unbedingt beurteilen. Und denke, ja, also ich denke, dass dieses Q&A, dass es schon in Ordnung war, dass sie es gepostet hat. Ich habe mich auch ehrlich gesagt ein bisschen darüber gefreut, dass sie jetzt nicht hier die Chance genutzt hat, gegen Mike, gegen Layla zu schießen oder irgendwelche Gerüchte zu streuen. Sondern, dass Elena schon in ihrem Q&A klar einmal über Mike geredet hat. Das war als Erklärung, warum sie reingegangen ist. Das ist natürlich ihr gutes Recht. Allerdings hätte dieses Q&A auch ganz anders laufen können. Und wir hätten ganz andere Schwurbeleien erfahren können, wo sich hier Elena weiterhin öffentlich raushält. Was ich gut finde. Das finde ich wirklich gut. Ich habe schon angedeutet, hier auf YouTube heute um elf kommt das nächste Video. Da packt ein ehemaliger Freund und Insider aus mit heftigen Informationen zu dieser ganzen Thematik zu Mike und was er alles so angeblich gemacht hat. Und er spricht davon, dass das alles ausgedacht war. Also quasi eine Hetzkampagne, wovon wir hier auch schon ausgegangen sind. Das könnte nochmal richtig heftig werden. Ich weiß, es gibt auch die Zuschauer, die sagen, ich kann Promi Big Brother nicht mehr. Das verstehe ich. Und glaubt mir, ich habe auch die ganzen Sommer aus der Star Stories von den ganzen Teilnehmern. Ich habe die alle gesichert, besprechen wir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dynamik hier bei Promi Big Brother Abbrechen noch lange so aufrecht bleibt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich denke mal, lasst uns mal noch das Wochenende hinter uns bringen. Und dann wird ab der neuen Woche auch das Thema runterkochen. Promi, das Sommer aus der Stars wird weiterhin relativ broden. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann beginnt ja auch schon Promi-Büßen. Also wir haben eigentlich eine Menge zu tun. Ich selber reagiere ehrlich gesagt gar nicht so gerne auf Formate, sondern mehr um das ganze Streiterei. Dahinter, weil die Formate, die könnt ihr auch selber sehen. Ich glaube, für die Zuschauer, also für euch, ist es viel schwieriger, diese ganzen kleinen Storys der einzelnen Persönlichkeiten zusammenzusammeln, zusammenzusetzen. Und ich glaube, das ist das, was das immer so spannend macht. Und so macht das auch für mich hier spannend in der Arbeit auf YouTube, meine Lieben. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Wenn ihr nichts mehr von den Trash Highlights verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Wir sind auf dem Weg zu den 38.200. Das ist der Wahnsinn. Ich freue mich sehr. Und ihr könnt schon mal in euren kleinen Katzenkalender reinschreiben. Morgen Abend sind wir live hier auf YouTube. Da geht es dann natürlich auch hier heiter weiter. Und ansonsten heute um 11 Uhr und um 14 Uhr weitere Videos auf YouTube. Ich freue mich sehr. Sag jetzt aber erstmal Tschüss und wünsche euch vom Herzen noch einen wundervollen Tag, meine Lieben. Bis um 11 Uhr. Ciao. 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 Vielen Dank.